Okay Ähm... Here I am Nein, 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 gar nicht Ai, ai, ai So Achso, wir sind schon gegangen, okay, cool Bis zum Auto schaff ich's glaub auch ohne Hilfe Oh, Verzeihung Darf ich nachher mit dem Auto fahren, falls man mit ihm fahren muss? Natürlich Nice Und du wirst der Rest schon wieder hier Ja, ich sammle hier Sachen wieder ein, die ihr wieder liegen lassen Ja, was denn? Splittergranate, Medikit, Merz mit dir Und man spielt es noch wieder ab hier Ciao Wollte nicht schreien Aber das tritt mich Ah, jetzt muss ich die Splittergranaten liegen lassen Ja, du im Chat hat übrigens Hallo gesagt Irgendwann mal Nein, dann sag mir kurz mal, wo die ist Wo sind die, Kevin? Oh, ich hab nen Chat gar nicht Die sind da, wo man gechattet hat, den ganzen Anfang Ja, das ist schlecht, weil da kommen jetzt ein paar Nicht, 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 nicht gegenseitig umzulegen, okay? Lade nach! Lade nach! Gib mir Deckung, muss mich verarzten Ja Aber sorry Ach, hätte ich bloß nicht weg Ich würde bloß gleich nachhinklaufen Jetzt dürfen alle wieder nur deswegen ich wollte ein paar Münzen, äh, paar Dinger und jetzt egal, das fahren mal aufzug und ich bin aus dem Spiel geflogen ah, Idiot also, Evakuierung ist nicht, wer ne Idee hat, möge sich jetzt bitte äußern ich mein, unten dieses Zeug können wir ja noch so holen, würd ich sagen, nur oben, das muss halt echt zu zweit sein, Minimal nein, ich bin schon wieder nicht, Nick kann mir das mal bitte einer erklären, jedesmal, wenn ich aus dem Spiel fliege, bin ich nicht mehr der Charakter, der ich vorher war ja, dann bin ich halt ein anderer ja, der hat aber nicht das Snipergewehr was willst du hier drin auch mit dem Snipergewehr? naja, ich wär jetzt beim Auto stehen geblieben und hätt euch den Rücken freigeschossen das wär mein Plan gewesen fürs erste boah, hier liegen halt so viele Bomben und Granaten und sowas außerdem kann ich nichts anderes, also ja, ja, das hol ich mir gleich gerne so, ich bin wieder da boah, hier liegen Waffen, Sarah, da hast du gemütet, da liegt da ein Snipergewehr oh, das ist unsere Ups ja, wir haben schon drei ich hab'n vorher sechs hier unten haben wir jetzt alle, oder? ich hab' auch schon das erste von oben hier liegt übrigens ein Medikit rum, ne? ich hab' da schon eins hier liegen noch ganz viele okay hier liegen auch ganz, ganz viele Bomben, also da müsst ihr echt nicht sparsam sein naja, das hört auch hier echt nicht auf wo liegen noch Bomben? überall auf dem Boden, hier, überall wo Kanister sind, liegen auch ganz viele solche Bomben ja ich hab'n nächsten Kanister oh, hier unten ist schon wieder ordentlich was los okay, wenn du runterkommst ich bin doch schon am, hab'n schon viel vollgetankt hier unten ist Tote Rose da musst du hier mal echt ne Bombe hinlegen hier ist Verbandszeug Scheiße muss mich verarztet Pass mal kurz auf, ich muss mich verarztet jetzt geht's gut oh ja wir müssen hier echt nicht, wir müssen hier echt nicht ich bin grad unten, hab'n mich verarztet okay wir müssen hier echt nicht, Achtung, da kommt ein Charger ne, so'n großer, dicker wo? unten an der Treppe hier ist ne Sackgasse, was soll der Scheiß? wow okay hey hab'n nächsten Kanister jetzt lad doch mal nach, du scheiß Vieh hey, meiner lädt nicht nach ja, geil Kevin, bist du da zufällig irgendwo bei ihm? ah, der hat nicht nachgeladen ich hab fünfmal nachgeladen ich bin unten aber noch mit dem Großen hier beschäftigt ja ah dumm lädt der nicht nach alter, wieso klettert der denn Wände hoch? nein ich hab'n Joggy ich bin am Auto fuck, jetzt lieg' ich am Boden fuck ah fuck muss ich mich mal kurz heilen? die Mission ist echt nicht so einfach wie es aussah, ne? schon viel besser haben wir auch wieder sechs Stück Entschuldigung ich nehm' die Pillen hier den fetten hat einer kaputt gemacht, oder? ja ja, ja ah, ok die Pillen gehst du wieder? soll ich dir wegkommen oder? ja, ich bin schon, bin schon auf dem Weg kannst du noch mit ne Bombe hier unten werfen der ist drin so bin wieder unten komm mit dem Kanister zum Auto Charger kommt da hinten angerollt erledigen wir erst mit dem Charger Vorsicht, Marvin, Marvin, mal Charger wo ist der Charger hin? der ist weg also tot muss laden also wenn ihr hier zu mir hinterher kommt da liegt noch eine Bombe und ein Brandschutzdingi hier so bombischen ganz hinten ganz geradeaus hier unten ganz andere Seite wo es nicht da wo das Auto ist ah ok da sind noch mal zwei wie gesagt jeweils überall da wo die Kanister sind sind auch noch mal ganz viele ich hol mal den nächsten Kanister der nächste Kanister da hinten der nächste Kanister da hinten tschau 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 wir dürfen uns nicht so aufteilen gerade unten ich hab nein ok irgendeiner hat mich gerettet ich wollte doch eigentlich nur so eine Bombe holen jetzt häng ich hier voll drin ich hab den nächsten Kanister ja ja doch nicht hups irgendwie ausgesehen fallen lassen jetzt hab ich einen Kanister alter hat der jetzt mal auf zu zappeln oder ich lauf zum Auto ich lauf zum Auto Nachleidezeit geht mir so auf den Keks Aua Sarah halte ich mal da haben wir auch noch mal was irgendwo ist wieder was fettes da ist er Tank Feuer ist alle auf den Tank im dicken Ah shit ich häng an der Zunge er ist drin Danke na dafür bin ich jetzt halt selber im Arsch ich hab den nächsten Kanister ich komm zum Auto na ich bin grad down ne äh ich fisch schnell auf und dann schieß ich auf den Dingern oh komm Spitter ja ich bin ja gleich tot oh man wieso ist denn jetzt Marvin tot die letzten Worte wo ich gehört haben war da ist irgendeiner mit der Zunge Entschuldigung hab ich den geholt und dann ist der Rest auf mich der Rest war deine Geschichte ja der Dicke ist dann noch auf mich hin hab ich gedacht ja aber ich bin da bestimmt in irgendeinem Raum ich meins fehlen ja nur noch vier Stück also irgendwo bin ich bestimmt oh große oh große oh große shoot war die oben oder ja ja ich bin renn oh diese Nachladezeiten Vogel Lade nach Kevin das sieht richtig gut aus alles okay wenn ich mal sehen würde wo der nächste kanister nicht mehr ist ich glaube soweit kann ich nicht runter springen Achtung ich bringe was mit alles gut alles gut im klieg guckt es noch hinter dir hier gibt es noch nichts mehr zum heilen wo seid ihr oben auf der treppe ich versuche dir irgendwie den weg freizuhalten ich muss erstmal im blick behalten wo die nächsten dinger sind da drüben warte nicht wo du den kratkohler schon nochmal einerkennen ja hier hinten ist wieder so ein fetter ich werfe gern steine um mich typ hier ich sehe ihn nur nicht da ist er ich kann dir jetzt gerade nicht hochhelfen bro um gott das willen jetzt geh doch drauf oh shit nein ah ok das war's nein hätte ich schneller gepeilt dass da so ein springer ist dann hätte ich den killen können fuck fuck ich wollte schon immer ein arztmörder sein ah ah jimmy gibbs junior so ein scheiß hätte mich mit seinem auto fotografieren lassen können so und was sollen hier jetzt noch für viele sachen sein die wir alle übersehen haben ich hab da nix gesehen pfff wenn nun jimmy gibbs als zombie kommt hier wahrscheinlich irgendwo drin oh man der nick hat auch wieder null leben hey er humpelt uns halt hinterher das ist auch ok ich heil den jetzt ach diga lauf mir doch nicht vor die flinte oh shit immer klein hier es sind immer die anderen schuld oh fuck hast du jetzt wieder aufgescheucht einfach die tür zu und gut ach hier hat es keine tür du bist einfach zum aufzug gehen und runter fahren da ist nix drin Kevin hab ich schon geguckt naja da musst du aufpassen das ist Zufalls drops immer ach so diesmal war zum beispiel in der Toilette auch nur eine medizin links wobei eigentlich müssen wir das auto ja nicht beschützen von dem her können wir echt auch zu dritt gehen na beschützen müssen wir es nicht aber wir müssen halt einen weg freischießen ich glaube es ist zu dritt einfacher oder ja kann doch einfach mal versuchen zusammen zu bleiben ja das ist halt schwierig weil jeder seinen eigenen kanister holt dann holt halt nicht jeder seinen eigenen kanister holt ja ich mein jetzt die ersten kann ja jeder alleine holen ja klar hier den ersten dann nehm ich ah den hab ich nicht gekriegt die sechsten kriege ich ja da liegt noch meines ja da liegt noch meines oh das ist doch nicht wahr hier was du versichtest hey jetzt hat mich auch einer alter 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 guck mal alle schon kaum leben hier Alter assess uns ey das mal genüsslich seine nick knacks dann so was Gibt mir Deckung, muss mich verabschieden. Oh ja, das geht durch und durch. Warte, diesmal waren meine Kasselisten auch gar keine Bomben. Aber hier sind welche. Hier wäre noch ein Defi. Kevin, hast du schon die ganzen oben geholt, oder wie? Ich weiß, kann man den ersten von oben. Okay. Na gut, einen Muni müssen wir echt nicht sparen, weil die hat es ja immer, gell? Kandister Nummer zwei von oben. Ab jetzt laufen wir besser immer zu dritt, würde ich sagen, oder? Also alle Kevin nach. Und gleich ein großer, nimm mal hier die Bomben. Ach, komm. Das gibt's doch nicht. Der ist halt immer noch da, der Charger, gell, wer holt denn jetzt alle? Der Tank ist, äh... Aua. Äh, ups. Okay, er ist down. Ja, Spitter. Hast du dein... Ja, ich hab'n Kanister, aber hier ist ein Spitter. Wuhuhu. Danke. Gerne. Und ein Jockey. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben. Ich muss mich erst mal heilen. Ach man, lass mich doch mal heilen, ihr Scheiß... Ich hab'n nächsten Kanister. Ich kann mich hier nicht heilen, ich sterb. Ja, geil. Das mein' ich halt. Ich hab' halt noch ein komplettes Medikid und naja, jetzt sterb' ich vor mich hin. Äh, können wir das ja gleich schaffen? Ich rette dich gleich, ich muss nur kurz den Treibstoff einfüllen. Ja, kein Thema. Wenn ich so, dass mein Leben poppt. Ich hab' nur noch ein bisschen Evie eingepackt, also, alles gut. Ach nein, soviel dazu. Ich bin jetzt ganz leise, aber ich häng' an der Zunge. Ja. Boah, da ist ein Charger. Und der hat mich. Oh, ich bin tot. Kümmert euch nicht um mich. Nein, Jockey auf mir! Mh, komm in meine Richtung. Ich kann das nicht steuern. F***, bin done. Ich hab' halt auch nix mehr. Danke. Ich muss mich kurz heilen. Geht mir mal Deckung. Was ist mit dem Defi? Wer hat den? Der liegt bei meiner Leiche. Oh. Oh. Ach stimmt, ihr könnt mich ja wieder defibrillieren. Wo war da die Leiche? Äh, rechte Treppe nach oben. Hier. Ich seh' dich leider nicht. Ich folge Marvins Bild. Dann kannst du mit durchklicken. Ah, okay. Äh, ja, du bist nur zu weit gelaufen, glaub' ich. Hm, ich lösche. Charger wieder da? Ne, das ist kein Charger, das ist irgendwas anderes. Ja, aber hier lagst du nicht. Ah doch, ein Charger. Ach geil. Ne, wir waren, äh, rechte Seite, glaub' ich. Da, wo du den letzten Kanister geholt hast. So. Mit der Brücke bin ich geblieben. Wer ist drin? Da, nein! Schau ich mal, dass ich noch vorbeiguck. Oh nein. Oh nein, Spitter. Na Bubi-Bär? Magst du auf meinen Schoß? Komm her, Chef. Oh, Charger läuft die Treppen hoch. Ne, läuft er doch nicht hoch. Der will jetzt nicht holen. Da lieg' ich doch. Oh, Alice, da ist. Oh. Ähm. Ah. Ja. Das ist halt einfach sein Schritt. Na, egal. Der Charger ist immer noch auf der Treppe gelaufen. Oh fuck, ich hab keine andere. Muni, da ist ein Hunter, da ist ein Hunter, da ist ein Hunter. Und ich, äh, hab den Hunter auch. Yay, danke. Oh, ich bin down. Hey, ich brauche Hilfe. Oh scheiße. Hoch mit dir hoch. Ich versuch die hoch zu heben. Ah. So, der fette brennt. Hat auch keine Kits mehr. Ah, damn it. Wenn da brennt, das heißt, ihr habt einen von den Kanistern hochgejagt. Nein, ich hab einen Molotow Cocktail geworfen. Achso. So, da ich eh keine Waffe habe, probier ich mal einen von den Kanistern mitzunehmen. Äh, doch, ihr habt meinen Kanistern hochgejagt. Hehehehe. Ja, wenn du den mitten auf der Brücke liegen lässt, dann kann ich da jetzt auch nicht... Ja, wenn ich den Großen da abhalten will vom... Jaja, du hast die Welt ge... Nein, das wird nichts... Ah, fuck. Ah. Entschuldigung, das ist verlieblich. Nein. Nein. Mich hat auch so eine Zunge geholt. Wir hätten halt echt wieder zusammenlaufen müssen. Oh, danke Kevin. Reucht ihr hier mal Hilfe? Bitte. Hehehe. Rohrbombe. Hehehe. Aua. Aua, wie das komplett tut. Ja. Ja, nur ein Defi kannst ich mich holen. Äh, den habe ich schon gebraucht. Ach, komm schon. Wie soll ich sagen? Warum nimmst du da nicht eine Waffe, die da rumliegt? Oh, ihr bruchst da echt nicht. Nein, Jockey auf mir. Oh, das gibt's doch nicht. Jockey kommt in eure Richtung. Okay. Okay, das war's. Also, wir laufen jetzt als Vierer Gruppe einfach mal durch. Ja. Irgendjauß. Jockey geht. Mahler. Ja. Ja. Oh. Kann ich jetzt ein Feltlager auf oder geht's weiter? Ich bin im Aufzug. Nick halt wieder mit null Leben. Das ist noch so ein Problem. Wenn wir ihn wieder mit'n Haufen schießen. Oder meinst du, Kevin ist ne bessere Idee erst die Kanister von ganz oben zu holen am Anfang, weil da noch nicht so viel los ist? Weißt du wie ich mein, dass man die von, die wo am weitesten entfernt quasi sind? Na, das Problem ist, ich glaub das spielt gar keine Rolle. Aber am Anfang sind es immer weniger. Erst wenn wir so vier, fünf Kanister haben, werden die Gegner mehr. Und ich, ich versuch mal Schlechern von oben zu holen. Kann man ja mal probieren. Oh, da ist ein Charger. Ah, hab nicht. Ah, hier sind halt gleich zwei. Hier sind, hier sind allein schon vier Stück nur. Vier, ähm, Kanister sind hier. Und da ist halt so ein Loch, wo die mal rausbauen. Ja, deswegen... Na, Jockey! Ja, am Anfang gleich wohnen. Na, Jockey! Nein! Gib mir Deckung, muss mich verarztet. Lade nach! Verwannszeug. Ich muss heilen. Werf ne Kopfbombe! Jetzt drin! Wir brauchen noch zehn! Beim Einfüllen. Jetzt sind Gewehre! Ach, komm! Ich hab's! Vorsicht! Na, komm! Geht! Nein! Der irgendwo rennt wieder im Vetter rum? Wo? Wo weiß ich noch nicht Ah da kommt er Da Ach jetzt Ja du fällst gleich Ach Danke Ach man kann das Zeug auch runterwerfen Ja Nicht wirklich oder? Doch ich habe es gerade aus der Sehne Runde geworfen weil ich Ich habe es gleich mal genommen Ja dann schmeiß mal runter den Rest Dann bleibt ihr zwei oben und ich bleibe bei dem Nick unten einfach für die Stand Wollen wir auch machen Nur eben ganz kurz abschicken was hier hinten geht und versuchen zu heilen Huch Gesundheit Oh nein 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 Jawohl Ach nee Na da wo ich bin Naja... Na gut, wenn ich vielleicht nicht starb, weil ich hab noch nen Kipp. NEIN! Geh hinten, Makos Hilfe! Jo, sind auf dem Weg. Danke, hat sich alle die... Oh, Bubi-Bärchen. Okay, dann gehen Kevin und ich jetzt hoch, hm? Ja, aber erst den... Ich glaub, irgendwo kommen müssten noch nen Dicker kommen. Vielleicht können wir den davor noch erledigen. Allgemein hier bisschen clean. Ja, sonst geht ihr noch mal hoch. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkomme. Wo? Da, über die Treppe. Musch zwei Stockwerke, glaub, hoch. Ja, achso, da ganz da hinten ist noch ne Treppe. Okay, Buma hat sich erledigt, der Jockey müsste aber hier noch, glaub ich, irgendwo sein. Äh, ja. Ja, ich nehm mich noch. Ich hab ihn. Ja, super. Okay, du hoch zu Kevin. Versuch's. Ja, der jetzt kam nen Fetter aus der Tür. Dann erledigt er den, ich... Äh, ja gut, der läuft die Treppe hoch, der Arsch. Komm schon, lade. Jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Sehr nützlich. Oh, scheiße. Oh. Ja, wisst ihr, was halt ein bisschen bescheuert ist? Hä? Die nächste Treppe nach oben ist blockiert. Ja, schön, wir haben hier auch gerade ein anderes Problem. Ja, das ist, wir haben ein anderes Problem, ja. Oh, mein Charakter lädt wieder nicht nach. Oh, nein. Geil. Ja, das war's halt wieder. Geil. Och, Gott, den Müller. Danke. Mir auch noch schnell. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Steh auf. Sofort. Okay. Wo ist der Boomer? Wo ist Mr. Boomer? Danke. Lade. Hier sind Waffen. Ja, ich helfe dir doch schon. Okay, was war mit der Tür? Na, die ist zu. Wahrscheinlich die Welle, die jetzt kommt? Entschuldigung. Oh, fuck, hier ist ein großer. Da sollte ich weg. Da sollte ich weg. Die andere Treppe hochgelaufen. Nein. Ich hänge fest. Achtung. Oh, bin auf der Treppe. Ja, ja, wir laufen schon. Wir laufen schon. Achtung, da ist aber auch ein großer. Ja. Hier sind wir auch zwei. Mit dem Computer. Hinter euch, hinter euch. Da kommt ganz viele jetzt die Treppe hoch. So auf. Ach. Ich habe Hunger. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Wir müssen das Auto nicht beschützen, das ist ganz wichtig. Hä? Ja. Pisse. Ist schon wieder blau. Wollte ich sagen, ich habe ein HP. Noch zwei Kanister sind es. Kommt ihr mit? Wo sind die? Ja. Hier hinten. Falsche Richtung gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Also von dem her. Hier gegenüber von euch. Ja, hier. Andere Seite. Danke. Hier ist keine Aussage, wenn man nicht weiß, wo du bist. Hinter dir, Kevin. Relativ viel los. Ich habe keinen Money mehr. Geil. Hier ist ein Defi. Oh ja, ich bin gleich froh. Wir haben noch einen HP. Ja, den kann man gleich brauchen bestimmt. Ich habe noch einen HP. Aber Achtung, ist bitte alles. Boah, fuck. Komm, lass mich wenigstens fordern, Kevin. Ja, warte. Wir kriegen gerade nicht an die Kanister ran, weil die sind explodiert. Es ist halt die Frage, ob sie jetzt wieder spawnen oder nicht die Kanister. Stimmt, wo sollen die sonst hin? Ähm. Oh, fuck. Tank. Einen habe ich. Ja, hier ist ein Tank. Kümmern wir uns erstmal mit dem Tank hier da. Und Jockey. Alter, was ist denn das für eine verfickte Scheiße hier? Nein, ich hänge fest. Ich bin schon wieder fast runtergefallen. Kill ihn. Und der Nächste liegt auf dem Boden und das war's. Das ist ein Jockey. Wir liegen alle. Es ist, äh... Wieso kann ich mich eigentlich nicht selber hochziehen? Weil wir alle Dullis sind, Nick ist auch tot und damit war's das. Ach nee. Aber ich hatte das... Wir müssen gucken, dass Kevin, du musst die Kanister einfach runterwerfen auf dem Boden, dass du... Also Richtung, ja, damit du wieder schießen kannst, schweiß. Nicht mit denen runterlaufen. Wir können immer runterlaufen. Ja, ich kann die ja die ganze Zeit runterwerfen. Habe ich hier gerade auch, aber... Ich bin leider einen Schritt zu weit und bin dann an der Hänge geblieben. Ja, okay. Ja gut, aber so klappt es auf jeden Fall. Wenn du einfach runterwerfen, das wissen wir jetzt, dann kannst du die einfach direkt runterwerfen. Musst ja nur bis ans Gelände und werfen, fertig. Oh. Ja, dann geht es auch schnell, weißt? Da muss... Ja, das ist viel besser. Oh, das soll man die zu zweit oben schnell runterwerfen. Von oben schnell anfangen. Ja, wäre am besten. Einfach zu kurz vielleicht auch. Weil die meisten kann ich, das liegen ja immer zu zweit da. Ja, ja. Mach mal so. Holen wir die alle von oben, werfen sie einfach nur runter, mehr nicht. Mal gucken, dass wir unten sie nicht kaputt schießen. Ach, Nick. Jetzt komm. Gucke schneller, du Otto. Na gut. Also, Evapuierung ist nicht. Ne, dann machen wir es so. Das ist glaube ich echt am einfachsten. Hol ich mir gleich gar kein Kit, sondern lauf einfach hoch und hol die. Das wird dich ja normalerweise nicht tun. Aber unter diesen Umständen hat Gibbs Junior wohl nichts dagegen. Wollen wir heute Burger bestellen, Baby? Bitte? Wollen wir heute Burger bestellen, Baby? Nein, wir bestellen kein Essen. Wie oft genug? Verdammt. Ja, du bist doch fett genug, weißt du doch. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Hätte ich schon. Nein, wir haben nur jede Menge zu essen da. Bevor ich das wieder wegschmeißen muss. Doch. Ja toll, ihr habt es aufs Dach geworfen. Also, ich will ja jetzt nicht motzen, aber... Ja, da kommt man doch hin, ist doch kein Problem. Ja, ja. Ist okay. Jockey und Jarjo hier unten. Was? Und der einzige, der mir hilft, ist auf dem Boden. Ich bin noch auf dem Weg, aber... Ja, ja. Na, jetzt hat mich auch was fürcht. Ja. Warum fällt ihr denn alle schon so hoch? Ja, drei Leuten soll ich hochhelfen, oder was? Ja, richtig. Ja. Klar, wir fangen mal mit neu an. Ja, das ist doch besser so. Ich licht was ja. Viel mehr so hoch. Ich dreckig. Und der Dreck steht mir bis oben. Zäh dir das rein. Jimmy Gibbs Junior. Was, wir haben ihn verpasst? Wir sollten mal in Gang kommen. Warte mal! Ihr sowas schon mal gesehen? Oh, Nick. Heilt den halt mal einer, dann ist Ruhe. Ja, soll ich das mal machen, damit er nicht gleich wieder auf den Boden liegt, der Armin. Ja, genau. Hallo. Kann ihn nicht retten. Warten, bis wir... Geht doch. Ja, komm, leck mich doch alle am Arsch, echt. Bin ich halt zu blöd dafür. Achso, nein, ich hab wieder den falschen Knopf gedrückt. Ich wollt mich wieder selber heulen. Ups. Sorry. Los, wir müssen's auftanken! So, gleich mal hoch. Weil oben, hab ich gesehen, ist die Tür noch zu, wo die rauskommen, die rauscheinen. Ja. Deswegen... Guck ich gleich mal, dass wir die hier... So, hier unten ging grad die erste auf. Achso, nein! Oh Gott, Entschuldigung. Wir sind gerade beide in die Luft gegangen. Was? Die Benzinkanister. Deswegen schmeiß ich sie aufs Dach. Ja, auf den einen hab ich auf den Affekt geschossen und der andere ist dann mitten ins Feuer gefallen. Ja. Achso... Ich hab... Lade nach. Oh. Passt auf. Lade nach. Na, man geht doch mal auf die anderen drei anstatt immer auf mich. Da kommt was! Muss nachladen! also ich habe vier stück runter geworfen ich brauche jetzt erstmal einen oh nein da ist ein charger nicht auf mich wobei doch geh auf mich komm so dann müssten wir ja bald alle haben einen haben wir schon vier hat Marvin da runter geschmissen viel habe ich da oben aufs dach hochgeschmissen ich brauche jetzt erst mal ein kit 8-9 oh sorry okay dann können wir jetzt mal anfangen mit einsammeln ok du musst irgendwie aufs dach springen wir kommen von unten nicht an die dinge hin naja die hole ich dann nachher und jetzt erstmal noch den rest irgendwo ist der hier an der treppe müsste nein ich weiß nicht wo irgendwo ist der hinter euch oder ist ein charger bei mir charger bei mir ich versuch's ja ups das war dämlich ach ich leck mich doch am arsch ey geh doch drauf du Mistding jetzt schau dir nimmt halt hier das gesamte team ernst ach jetzt ernsthaft denn nix ach nee ich hatte eine man ist gerade ich zum kotzen ja wo komm ich denn jetzt ganz nachhören oh jetzt sitzt wieder einer auf mir drauf man wir müssen mehr klären kann doch nicht wahr sein das ist doch wahr hier unten sind 20 stück oder so bin gefühlt allein schütz hunter wo bist du oben vielleicht sagst du das vielleicht dazu oder nicht und schluss toll jetzt hast du noch ein defi hat einer den defi geholt gehabt wir müssen jetzt versuchen das zeug einzufüllen nein fuck ich bin auch tot das problem ist nur zwei kanister ganz oben fehlen noch ja das ist ja das sehr gut aber wir sollen gleich neu anfangen da sind wir noch irgendwo muss noch ein defi rumliegen ja aber wo ich hab halt quasi auch nix mehr du bist voll live Marvin ja aber ich kann nix machen wenn ich hochhälte gehe ich wieder selber drauf erst mal am defi suchen dachte mir der wäre hier an der kasse gewesen aber ja das war es das tja dann versuch mal ob du da an die wo wo zu ist oder wie war das mit da wo du nicht hinkommst gerade eben dass du die vielleicht als erstes kriegst ja ich weiß ja nicht wo der weg nach oben ist dann soll ich die mal suchen du recht dich da einwand weil da ist so eine treppe nach oben aber die treppe ist ja dicht und wo sind die ganz oben hast du gemeint ja hier lauft ihr einfach an den typen vorbei dann müsst halt ihr die holen wo die gleich rauskommen die leute also da wo noch zu ist quasi hier kannst du mal drauf schießen oder so wo das sein soll das würde ich ja normalerweise nicht tun aber unter diesen umständen hat gibbs junior wohl nichts dagegen keine Ahnung seh ich erst wenn ich unten bin ja ich glaube ich weiß welches du meinst ja ich bin jetzt zwar ganz oben in dem stockwerk aber sehr nützlich okay hab die ganz oben okay und hier liegt auch ein defri ach genau schmeißt die den sprit halt ins flugenbeet ja ich kann auch gerade sagen wenn der nick mir nicht hinterher rennen würde sondern einfach stehen bleiben würde wäre das echt besser aber gut Aua nein jockey Kevin hab dich gleich danke wow ist bitter canopy noooo ladenig ladenig bitte mal deckung flag monitore laut guard Ok, wo ist der Fette? Oh, ich bin halt direkt reingelaufen, nicht dumm Kopf. Ok, fickt euch alle echt, alter fahr weiter. Ich krieg ihn nicht dauernd, das zweite Maga, ach nee. Wer hat den Digger getroffen? Na, kann so sein, dass nicht das war. Ich mein, für Querschläger kannst du halt da echt nix. Ja, ja, Querschläger. Ja, das ist halt passiert halt. Ja, ist ja ok, ich leb ja noch. Das Feuer ist ja gleich weg. Ja, ja. Ja, ja. Ach so. Ach so, was? Guck mal, wie viele hier bei mir wieder rumstehen. Hört ihr mal weiter auf? Ich hole schon mal die zwei, wo wir da oben gespawnt sind. Ach, ich muss erstmal mich heilen. Was kann sie? Ach nee, jetzt Krati. Ups. Soll ich dich heilen? Nee, ich hole mir hier das letzte Kit. Das ist aber ok. Komm schon! Ja, wir müssen schon ein bisschen auffüllen. Nicht, dass wir wieder alles drauf schießen. Was? Ach, Mann! Von wo denn? Ich hab's gesehen und wusste gleich weiter wieder. Ja, ist doch wahr. Oh, ich häng an der Zunge. Die Frage von wo? Äh, erster ist Dingsbewusst. Genau, danke. Komm schon. Nur noch das letzte da hinten. Kann sein, dass ich ihn zu euch schmeiß, wenn nicht angegriffen wird. Wupp, wupp. Noch ein Kanister. Passt auf. Wuuu. Jetzt Marvin abschießen mit dem Kanister in der Hand. Wow. Wow. Ach komm, ist jetzt nicht wahr. Ach nee, ich werd von oben zurück zurück. Nein, Jocky! Jocky! Kommt hier rein, wir müssen hier drin stehen. Nein, Alter, was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Kommt alle hier rein, was ist denn hier so schwer, wie für ein Traik zu stehen? Jetzt. So, ja, 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 ja. Mensch, wer fährt denn da? Jawohl, das haben wir geschafft. Muuu. Mal gucken, wie oft wir gestorben sind. Ne? Neunmal. Oh, 26mal aus Ägypten. Ich halte zu wenig. Oh, Kevin, der sammelt alles auf. Ich hab drei Mal so viele Nahkampfkills wie Kevin hab. Und ich zwei. Am wenigsten Schaden erlitten direkt mal 6.000. Ich hab die meisten Verbündeten getroffen. Hat die mitsch am meisten gestimmt. Ah, war doch okay, würde ich sagen, oder? No. Boop Boop. Hp. Boop Boop ...